Backwaren, das Brot, die Brote. Am liebsten esse ich Roggenvollkornbrot. Das Brötchen, die Brötchen. Wusstest du schon? Brötchen nennt man auch Semmel. Haben sie auch belegte Brötchen? Das Baguette, die Baguettes. Das Baguette ist im Angebot. Nur 2,50 Euro. Die Brezel, die Brezeln. Ich nehme zwei Brezeln. Guten Tag, ich hätte gern zwei helle Brötchen. Wie viel kostet eins? Ein helles Brötchen kostet 10 Cent. Echt? Das ist billig. Ja, die hellen Brötchen sind heute im Angebot. Dann nehme ich acht davon. Also, acht Brötchen. Ist das alles? Hm, die Sahnetorte sieht auch lecker aus. Wie viel kostet ein Stück? Ein Stück Torte kostet 3 Euro. Hm, 3 Euro für ein Stück? Das ist teuer. Das ist der normale Preis. Aber die Torte ist wirklich sehr lecker. Ich verstehe. Dann nehme ich noch ein Stück von der Torte. Das macht dann 80 Cent für die Brötchen und 3 Euro für das Stück Torte. Also, 3,80 Euro, bitte. Bitteschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Was kaufst du beim Bäcker?